Viele Menschen sehen hier nur Worte. Wir zeigen dir, wie du den Sinn erkennst, wie du das System erkennst, wie du siehst, dass diese Worte eine Welt formen, wie du sie nutzen kannst als Werkzeug und dass du sie auch formen kannst, wenn du gut bist. Das alles zeigen wir dir, wenn du willst. Möchtest du dein Wissen in einem echten Gerichtssaal beweisen? Mit Juristen aus ganz Deutschland und unter dem Vorsitz eines Richters am Bundesgerichtshof? Möchtest du mit Flüchtlingen aus den Brennpunkten dieser Welt arbeiten? Möchtest du Studierende aus allen Teilen der Welt treffen? Und die großen internationalen Gerichtshilfe kennenlernen? Möchtest du bei diesen Professoren studieren? Möchtest du von Studierenden aus höheren Semestern unterrichtet werden, die noch genau wissen, wie man den Stoff am besten erklärt? Möchtest du im UNIREP kostenlos, aber vor allem effektiv aufs Examen vorbereitet werden? Möchtest du mit uns zusammen studieren? Und möchtest du später Strafverteidiger werden? Oder möchtest du große Unternehmen vor Gericht vertreten oder Richterin werden? Dann schau doch mal vorbei! Oder schau dir den nächsten Film an! 2 1 2 3 3 4 5 5 4 5 7 Vielen Dank.